So, da sind wir wieder. Schnell zurück nach Hause. Verdammt bin ich nicht schon dran vorbei. Moment. Halt, stopp. Halt, stopp. Ich wohne... Ah, ich hätte mir rechts laufen müssen. Verdammt. Ich war schon so lange nicht mehr in meinem eigenen Haus. Dass ich gar nicht mehr weiß, wie es aussieht. Und die Aufwertung kommt mit mir auch gleich. Da sind wir doch. Hallo, hallo, hallo. Sie missen die Nachrichten. Sie sehen, wir werden das größte Taco Bell in unserer neuen Stadt haben. Mami und Daddy spielten auf deiner Facebook-Page und sahen, dass Sie viele Freunde machen. Warum erzählen Sie uns über sie? Nein? Okay. Well, it's late, sweetie. Head on up to bed and I'll be there to tuck you in. Cool. Hoch rutscht. Äh... Ja, wir erstmal gucken uns die Aufwertungen an. Ne, da hab ich alle. Ägyptische Plagen. Cool. Na, das kann ich noch nicht. Ja, dann geht's. Irgendwas muss ich annehmen. Ich hab's Level 10 freigeschaltet. Ich hab's Level 10 freigeschaltet. Ich muss nur das nehmen. Gut, dann gehen wir so weit. Gut. Diese Hoden am Kinn. Beste. Die Unterhosen sind wichtig. Also, ab zur Hohne einfach umbringen. Okay. Doch, egyptische Plagen geht doch schon. Okay. Das scheint jetzt ziemlich effektiv zu sein. Sehr geil. Okay. Das war mies. Aber... Das mit den ägyptischen Plagen versuche ich gleich nochmal. Die waren toll. Und weg. Top. Wichtelhandschuhe. Wie sieht die Unterhosenwichtel? Na, dann machen wir das nochmal. Okay. Halt. Das. Aua. Scheiße. Verdammte Scheiße. Das war grad sau dumm. Das. Äh. Kann ich da raufschießen oder so? Äh. Kann ich da raufschießen oder so? Kann ich da raufschießen oder so? so Und jetzt beschneiden wir die Ratte noch. Die Ratte hat natürlich auch noch Geld bei sich, das ist ja total logisch. Äh, so. Ne. Es geht einfach so weiter. Es geht einfach so weiter. Okay. 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 Eine Riesenrette. Dann würde ich erstmal hier schön in den Lüftungsschichten die ägyptischen Klagen nutzen. Okay. 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 Ich muss jetzt nicht eigentlich alle verbrennen. Aua. Verbrennt. 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 Nein! Scheiße! Schon wieder verreckt. Ätzend. Ich muss mehr drauf achten, dass ich meine Lebenspunkte da oben bin. Im Auge behalte. Moment. Ich mach erstmal die Davidschleuder. Ich darf hier auch mehr ran. Und auch ziemlich effektiv. Äh. Scheiße. Obwohl ich nehme jetzt auch nochmal die Davidschleuder. Dann musst du die hinteren beiden ja schon mal wechseln. Nein! Scheiße! Jetzt klappt aber auch einfach mal gar nicht mehr. Äh. Na, ich bin wieder tot. Nicht. Äh. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. Ich blute ich zum Beispiel schon mal nicht mehr. Und ich hoffe, dass diese Davidschleuder beide gleichzeitig weghaut. Wieso denn die hintere? Äh. Scheiß Riesenraten. Ich bin mir ja nicht mal sicher, ob ich da überhaupt bleiben muss. Geh ich hier auch weiter? Na ja. Ich muss doch 100%ig lang. Hm. Also dann nochmal die ägyptischen Plagen. Hm. Die waren ja ganz gut. Ja. 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 so. Ja. 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 Also da war ich jetzt... Nei. Ja. 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 Nein. Ja. Dann könnte das ja schon mit ihm brennen in der Schiezerunnen jetzt. Ha! Sehr geil. Na endlich. Verdammte riesige Rappen ey. Und die alten knallen sich da gegenseitig um Schlafzimmer. Fichte. Oh ja, die nehmen wir doch gleich. Ja, zwei neue Freunde. Super. Freunde können wir nicht genug haben. Moment, was soll ich hier? Genau. Den und Feuer. Oder? Ein Fett zusätzlich einschült. Bluten hab ich nicht so oft. Ja nicht. Nein. So und... Was das? Was das? Was das? Was das? Hä? Was ist der andere mit den 50 zusätzlichen Dings? Bin ich doof? Da, der ist es. Und auf die Frage, bin ich doof, möchte ich nicht unbedingt eine Antwort haben. 50 Schaden. Nö, nö, nö. Doch. Aber wie geht das jetzt weiter hier? Achso, ich hätte einfach nur abwarten müssen. Wichtelkleide. Gibt es auch noch einen Wichtelhelm? Mh, 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 mh. Jetzt noch. Mh, ist alles nicht so toll. Nehmen wir den und ja, irgendwas mit da. Jo. Irgendwie so stinkt die Hacke so? Oder riecht. Achso, riecht ihn ein. Dingshörst du auf. Äh, aber wo geht es jetzt weiter? Da oben geht es irgendwann weiter. Ist hier eine Sonde? Ne. Achso. Oh, okay. Alter. Ja, ja. Der Humor von Zahnspark. Ja, ja. Ja. Ja, ja. 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 aus dem Hintergrund versuche ich einfach mal zu ignorieren So und wie es mit den Bums an Eltern im Schlagzimmer weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Macht's gut!